dieser ford s max ist hier zum verkauf angeboten fünf personen haben in diesem braunen 5 thüringen bin platz der bin bietet zahlreiche ausstattungs details wie esp isofix kindersitz befestigung navigationssystem partikelfilter einparkhilfe und vieles mehr der sparsame diesel überträgt einer leistung von 163 ps auf ein automatikgetriebe der onlinepreis des wagens beläuft sich auf 32.870 euro kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne näher autohaus kökler ständig 1000 ford auf lager größte auswahl bester preis so